Hallöle und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Generation Zero. So, den verfolgen wir jetzt, weil wir Stalker sind. Und den holen wir uns. Vielleicht sollte ich noch gucken, je nachdem was es ist, sollte ich vielleicht eher mit diesem Wewehr auf das Vieh schießen. Was sagt denn überhaupt unser Level? Leveln sollten wir wahrscheinlich auch, wenn wir dann den Boss platt haben. Ich weiß immer nicht, wofür Ausdauer gut ist hier. Also, ich meine, ich wollte gerade sagen, man kann ja einfach rennen, aber naja, wenn man überladen ist, halt nicht. Guck dir das mal an, alles total verwaschen. Weil, äh, jemand sagte oder hat gefragt, ob ich nicht in einer besseren Qualität aufnehmen kann als, äh, was war es, 720, glaube ich. Das Problem ist ja, ich spiele hier auf der PS4. So, und, äh, ich brauche, glaube ich, etwas für bessere Grafik, was ich nicht habe. Äh, äh, ist das Elgato? War das das? Elkato? Ne, weiß ich nicht. Ist das das? Ich, keine Ahnung, ich bin zu dumm für sowas. Technik ist echt nicht meine Welt. Ähm, ich kann spielen. Äh, und das reicht mir meistens auch. So, einer von denen. Ne, das ist nicht. Aber die holen wir uns trotzdem. Ach, das ist so. Ach, du Scheiße! Was war das denn? Das war aber jetzt nicht mein Plan. Aber was ich noch dazu sagen wollte, ja, das, die Grafik ist aber nicht nur das Problem. Das Spiel hat auch, also nicht die Grafik, äh, also YouTube-Dings. Es ist halt so, dass das Spiel selber nicht so gut aussieht, ne, so. Keine Ahnung. 50 Metern oder sowas ist halt alles total verwaschen. Ach, so ein Scharfschützen-Typ war also auch noch. Okay. Oh nein! Okay. Das war's. Ich hätte auch gerne etwas, was mich schneller nachladen lässt. Ich hätte alles gerne, das ist halt so schlimm. Das war's. Er muss eigentlich mal in Ohren lang in der Glocke. So, den haben wir auch. Guck mal, da geht's. Diese kleinen Viecher, die explodieren ja sowieso irgendwann. Tja, das war wieder mehr, als ich dachte. Ich weiß auch nicht, wie ich das so alles übersehe. Normalerweise habe ich ein echt gutes Auge für sowas. Aber in dem Spiel, keine Ahnung. So, wo ist denn Kollege Schnürschuh? Wo ist er immer noch? Okay, es sind sogar zwei auf dem Rollfeld. Das ist eigentlich eine gute Sache für uns, wenn wir es schaffen, sie relativ schnell auszuschalten. Das ist eigentlich eine gute Sache. 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 Und die Hingegen, voll ist keiner. Ich habe einen Kursum, nachher! Ich habe einen Kursum, nachher! Was ist das? Oh, 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 oh. oh so was ist das hier wieder irgend so ein ding womit wir nicht viel anfangen können obwohl da ja ein zuschauer sagte ach da ist gleich der nächste riese c über den hierher locken ich habe keine lust dahin zu laufen die gefahr aus komm mal her ich bin jung läuft der zu mir oder nicht ich glaube nicht die frei ab so wir Das war's. 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 Oh. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Gut. Das war's. 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 Ich hab's. Das war's. 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 Das war's.